Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie heute zu einem Thema, was mich beschäftigt, immer wieder in der Sprechstunde und ich darüber traurig bin. Es geht um eine Verletzung, die vermeidbar ist, wenn man nur weiß, wie. Es sind Verletzungen, die in der Kegelbahn passieren, genauso auch im Bowling Center. Und zwar dann, wenn man mit Kindern, die unerfahren in diesem Freizeitsport sind, wenn man also mit den Kindern dort ist und nicht entsprechend aufpasst. Schauen Sie sich einmal diesen Finger an. So sieht ein Finger aus, wenn er gequetscht wird. In diesem Fall ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Es war keine knöcherne Verletzung dabei, aber Sie können sich vorstellen, dass das doch immense Schmerzen verursacht und wie gesagt, sie sind überflüssig, wenn man weiß, wie man das verhindert. Es sind Verletzungen, die passieren, wenn ein Kind die Finger zwischen den Kugeln hat, wenn gleichzeitig eine Kugel, die zuvor abgespielt wurde, wenn die zurückschießt über die Rücklaufbahn in diesen Sammel- und Rücklaufkasten. Wenn in diesem Moment, wo die Kugel, die kommt so schnell zurück, dass ein Kind nicht rechtzeitig reagiert, übrigens wie Erwachsene auch das eine oder andere Mal nicht, aber es reagiert nicht rechtzeitig, zieht die Finger nicht rechtzeitig zurück und dann passieren solche Verletzungen. Aber glauben Sie mir, ich habe schon Schlimmere gesehen, wenn der Nagel herausgerissen wurde und auch der Knochen zertrümmert wurde. Das sind schreckliche und völlig überflüssige Verletzungen. Sie zerstören natürlich dann ein solches Fest, weil entsprechend geschockt sind die Kinder. Auch die, die da mitkriegen, wie ein Kind plötzlich massiv aufschreit. Was ist mein Tipp? Wie kann man das verhindern? Im Prinzip ganz einfach. Wenn also Sie als Eltern mit Ihren Kindern sich auf einer Kegelbahn befinden, dann sollte einer als Aufpasser an diesem Kugelkasten sitzen bzw. stehen und die Kugel, die zurückschießt, einfach abfangen bzw. den Kindern sagen, wartet, bis die Kugel zurück ist und dann erst sich eine Kugel greifen. So einfach kann es gehen. Ich erfahre, dass dieser Tipp noch nicht in der allgemeinen Bewusstseinsebene angelangt ist und deshalb hören Sie ihn jetzt von mir. Zähne knirschen bei Kindern sprechen. Es kommt häufiger vor, dass Eltern besorgt sich darüber äußern, dass ihr Kind mit den Zähnen knirscht. Einmal sind es die Eltern von ganz jungen Babys, die ihre ersten Zähne bekommen und zwar, nachdem sie die unteren bekamen. Und dann auch die...